Der gepanzerte Bus fährt vor das Gerichtsgebäude in Neu-Delhi, darin die vier Angeklagten der tödlichen Gruppenvergewaltigung einer 23-jährigen Studentin. Das Gericht verhängt nun die Höchststrafe, die vier Männer im Alter zwischen 19 und 26 Jahren werden zum Tode verurteilt. Der Richter sprach in seinem Urteil von einem bestialischen Verbrechen, welches das Bewusstsein der Gesellschaft wachgerüttelt habe. Die 23-Jährige und ihr Freund waren im Dezember vergangenen Jahres in diesem Bus unterwegs. Dort fielen sechs Männer über die junge Frau her, vergewaltigten sie und verletzten sie schwer mit einer Eisenstange. Die Frau verstarb zwei Wochen später. Die Tat hatte landesweite Proteste ausgelöst, wochenlang demonstrierten Menschen, organisierten Mahnwachen und Schweigemärsche. Indien führte Schnellgerichte ein, um Vergewaltiger schneller verurteilen zu können. Zudem verschärfte die Regierung die Gesetze für Sexualstraftaten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, die Verteidiger wollen Berufung einlegen. Sie hatten eine Haftstrafe gefordert. Die Täter waren unter anderem durch DNA-Tests überführt worden, wiesen die Vorwürfe aber stets zurück.